Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Meine lieben Freunde, heute geht es um den Duo Cash Cup. Guckt euch die Preise und Belohnungen an! Oder hat gerade jemand gesagt, erster Platz nimmt 10.000 Euro mit. Und zwar nur für den ersten Platz. Anwärter dafür unter anderem natürlich Viko und Flichi, als aber auch Sky und Skoll. Viele haben sie gar nicht auf dem Zettel, sind denen. Ich habe sie komplett auf dem Zettel und ich kann mir vorstellen, dass die das hier auch gewinnen könnten. Es sind ein paar verwirrtete Teams mit dabei. Ich glaube, Kami spielt mit Quisi und Merstrat spielt mit Zettel. Irgendwie sowas. Ganz wilde Nummern. Es streamen super viele Leute. Savage ist auch coalt mit Mungral. Auch ganz geil. Viele sind leider nicht coalt wie Vadeal, wie Reason und so weiter und so fort. Aber wir machen das Beste draus, Freunde. Zweiter Platz nimmt 2.7 mit, dritter Platz 1.8 und so weiter und so fort. Vergesst natürlich eine Sache nicht, während wir hier schon so geil mit euch reden. Jetzt sofort den Creator-Code Amar eintragen. Denn das wird sich lohnen. Demnächst gibt es ein Nices, Geiles. Und damit viel Spaß mit den Highlights, meine lieben Freunde. Abfahrt. Oh, Zone-Pull, perfekt. Puller. Rechts kommt der. Wo soll er denn landgehen? Mann, du siehst es doch, wenn er links begegnet. Aber wie kann man so dumm sein? Und das nicht checken. Puh, haben wir heute ein Instagram. Aber hast du verstanden, was ich gemeint habe? Ja, ich hab ja, ich hab ja, ich hab ja. Auf Fisch, mein Habfisch. Ja, verstanden, was ich gemeint habe, oder? Naja, wenigstens, hab ich zugehört. Quali ist 3 WPS. Ich muss schielen, um da irgendwie was zu übersehen. Okay, okay, okay. Sky und Scroll gewinnen, das ernsthaft gewinnen das Game. Ey, das ist wirklich so, ne? Ich sag das eh immer. Digga, ich hab das... Mann, klippt das, was ich sage. Ich bin so smart. Guck mal, jetzt haben sie wahrscheinlich 120 zu schauen. Oh, 180 sogar. Davor waren es 50. Oh, die Zone Polen. Das ist so gut, ne? Arigato, arigato. Digga, das ist das einzige, wie du spielen musst. Einfach aneinander kleben, Chat. Als wärst du eineig. Öffne hier, öffne hier. Wir können fronten, wir können fronten. Komm hier lang. Komm hier lang. Nein, ich richtig komplett Deutsch, ne? Einfach, komm hier lang. Ja, tschuldigung, komm hier lang. Ja, ey, klar. Komm hier lang. Ich hoffe, ich scrolle, wäre gut, denn im Spiel, ne? Ja, ja. Ja, ich sehe so, von oben lasern, aber. Ja, okay, ich esse. Ja, ich mess. Oh mein Gott. Dinger Gott, die Move. Ja, ich gehe gar nicht mehr. Und jetzt oben lang, oben, 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 bitte. Ich bitte geh oben lang. Dort, 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 dort. Tot, halt. Heid ist tot. Vermessen. Fück, verfüg. Ach, die Scheiße, wird er geknallt. Aber er geht nicht mit mir jetzt, oder wie? Oh, beide einer, vier. Nein. Oh mein Gott. Oh, und ich habe gesagt, sie gewinnt, Chat. Ich habe gesagt, sie gewinnen. Ich habe gesagt, sie gewinnen. Ligger, das ist genauso, wie wenn du eine Mutter fragen würdest, welchen Sohn liebst du mehr? Es gibt immer einen Sohn, den man mehr liebt. Nein. Gleiches, du Hurensohn. Digga, ach man, Mungral, Digga, ist so dick. Mungral redet nicht, Chat, für ihn. Aber geile Refresh, Digga, Cap, 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 was du? Er ist so gut. Ich sage aber, Chat in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, oh mein Gott, doch nicht, Digga. Das wäre die 1, weil das wäre die 1 gewesen gewesen, wäre das Wieser gewesen. Ja, ja, es ist ja keine Pisa-Jetzer. Ja, hätte es nicht mit mir machen können, dass er mit mir gespielt hat, Digga. Ach, die Sonder. Da hat er nicht so gegrenntet wird. Ja, ich, ich... Nein, da kommst du nicht, da kamst du gestern schon nicht durch. Savage, das geht auch die gleiche Position. Ja, wo schon. Egal, 11. Oha, 11. Platz. Digga, Savage gewinnt die Runde. Da geht es einfach unter Heiz. Das Spiel, du für Play. Ja, geh hoch. Digga, warte mal. Warum macht er das aber? In meinem Buch haben sie sich gerade den Coin gedroppt. In meinem Buch? Die werden ihn so double-ekeen wollen, ne, Trust? Warum macht er das? Oh mein Gott. Warte, wer... Digga, er wollte die nur griefen mit dem Coin, weil er dachte, das sind die, die ihn contesten. Trust. Ja, kann sein. Der wollte sie nur nerven. So auf den, ihr gewinnt die Runde nicht. Weißt du? Nein, auf den, die sind eben immer näher anscheinend. Dominanz zeigen. Check, ich check. Alter, ist er gut. Digga, es ist Top-14-Situation. Solo. Er ist so gut, Chat. Das ist wirklich wahnsinnig zurzeit gerade. Oh mein Gott. Ja, gib ihm die Siphon. So, der er hat aber. Schau dir mal. Einen hoch? Einen hoch, übrigens. Drei Metallwalls noch. Nein. Was? No way! 10 HP. Call ihn bitte, die drei Metallwalls. Schade, Top-6. Er ist der beste Spieler auf dieser Welt. Wir gehen in die Standings. Das ist eh, Viko. Sweeks, danke für den 45. Das ist eh, Taysen. Ah, ne, Veno hab ich gesagt. Ich hab Veno gesagt. Ja. Das ist ja stimmt. Ich schwöre bei Gott. Ich fahr zu dir. Man lucky. Es ist nicht, es ist nicht Dings. Es ist nicht Viko. Und es ist nicht Veno. Es ist, es ist, oh, ich schwöre bei Gott, ne? Ich wollte eigentlich Marius nehmen. Mums Life. Ja, stimmt sogar, ne? Aber Respekt ist, dass du nicht Teenie und Cheecho nicht nimmst. Oh. Ich hab so ein bisschen beliebt in Kami und Veno. Einfach so, weißt du, weil du gesagt hast, so, Dings. Aber ich schwöre, ich wollte die nehmen. Ich denke halt, wenn du das Prime war, anscheinend ist der Borscht. 370 Metz, alles im Holz. Was denn? Taysen redet nicht. Was, was, was? Was meinst du zu? Taysen redet nicht oder sind da Lee-Com's? Äh, da sind Lee-Com's, Bro. Du hast zu schreien, ne? Wir haben eine bestimmte Pression, wir haben versucht, zu spielen. Wir haben eine Möglichkeit, zu setzen. Wir haben eine Möglichkeit, zu setzen. Wir haben in der Mitte, mit der Pierre. Ich weiß nicht, ob es das interessiert, oder nicht. Gut gemacht. Il prefer de met Kitschett. Zune pull de mixe, und er will nicht laufen. Lauf. Lauf. Alte in de Bilse. Und hier ist leere. Gut gemacht. 90 HP. Bro denkt auch, er sich. Le won't build. Le edit. Edi, mon gros. Edi, mon gros. Edi, mon gros. Das ist GG, schade. Und er geht instant raus. Ich wäre so sauer. Ich wäre so sauer. Wenn mir Gentlemaid gehören würde, ich würde ins Briefing reinschreiben. In den Arbeitsvertrag von denen. Die müssen drinnen bleiben. Man muss jetzt einfach in der Box bleiben. Und hoch. Ich bin nicht am Penis, wie mit der Game. Bock nicht. Komma, komma. Komma, Pils. Und okay. Keine Messer. Eine Metallwall. Du siehst recht von ihm. Hinter ihm, hinter ihm. Ist er dumm? Er lebt du nicht. Ja okay, ich bin Halsmaul. Also, ich bin Halsmaul, so mäßig weißt du? Ich bin Halsmaul, ja. Ein Ben, du kann das spielen in der Zone. In der Zone? Na klar. Ich spiele da oder so drehen heute. Oh mein Gott. Spielzone mit dem Mett. Poppen, poppen. Poppen, ponpen, pompen. Poppen. Popst doch hin. Er poppt den Händen nicht, Digga. Er poppt einfach den Händen nicht. Er ist so am Händen poppen. Digga, mach die Bank kaputt. Bank ist ein Mett. Er farmt nicht. Er farmt echt nicht. Von Bill können save your life. Er ist nicht Mongrel. Schade. Top 6. Das kann, ja. Das kann reichen, Chat. Und Pixi und Queezy auf den Highground-Chat. Und ich hab's noch die ganze Zeit. Na, Spaß. 1v2. Okay, Venu. Es ist Venu. Venu, 1v2, ciao. Nie meins. Venu Prime, bro. Venu ist der beste Spieler der Welt. Oh mein Gott, guck mal wie gut er ist. Oh mein Gott, so gut, bro. Die haben gewonnen. Die haben gewonnen, Chat. Das Dick ist durch. Die haben gewonnen. Comeback Pujava. Zweiter Platz. Gönig. Two Legs. Die haben so viel Geld verloren. Guck mal Sky an. Vierter Platz. Aber gut geklatscht eigentlich. Vico fünfter. Einfach in den Zehnter jetzt. Die haben 250 Punkte, aber so viele Punkte wie in den Top 10, weißt du. Gar nicht die Lunde eigentlich zu spielen. Naja, stimmt. Kami und Venu auch. Marius auch. Faison und Vaniak auch. Boom. Der hat bei dir hat es gelohnt, weil die sind ja geschlägt. Ja, hab ich gecheckt. Oh, guck mal hier. Kahn. Kahn und Skyft. Fünfter Platz. Schade, dass sie nicht gestreamt haben. Unlucky Jungs. Mungerl Savage Top 20. Kriegen zumindest 400 Dollar. Jeeps und Fastrookie nehmen auch noch Earnings mit. Maers Dutch und Sweezy auch. Und... Ein deutsches Team ohne Earnings. Neo Fini. Boom. Neo Fini. Wollte streamen, aber Kahn wollte nicht. Kank. Damit man Kahn nicht exposen kann. Das ist crazy. Kank. Chad, das war der Cup. Das war der Cup. Was sind... Ich hab's wiedergekommen. Vigo Club. Vigo Club, das können wir vielleicht noch reinpacken. Natürlich bin ich sauer. Fünftes Game stellen wir unnötig. Viertes Game stellen wir unnötig. Beide Games hab ich einfach eine Million Damage gemacht. Für nix. Ich könnte ITL nicht mit gewinnen. Ich könnte mit dem Geistig Behinderten spielen. Er soll mit mir spielen. Es kann einfach nicht wahr sein. Es ist so einfach. Jeder in dieser f***ten Lobby ist so schlecht. Er ist sauer, Chad. Warte mal. Ich will das nochmal hören. Er ist sauer, Chad. Natürlich bin ich sauer. Viertes Game stellen wir unnötig. Viertes Game stellen wir unnötig. Beide Games hab ich einfach eine Million Damage gemacht. Für nix. Ich könnte ITL und ich würd gewinnen. Ich könnte mit dem Geistig Behinderten spielen. Digga, was hat er da sagt? Sag ich Vigo jetzt DM? So, ich jetzt Vigo jetzt DM? DM ihn, DM ihn. Es kann einfach nicht wahr sein. So, hast du Geistig Behinderten gesagt? Also, ich bin da. Es ist so einfach. Jeder in diesem f***ten Lobby ist so schlecht. Chad, und da seht ihr mal, was für ne Passion dahinter ist. Weil, der Dude wurde irgendwie, keine Ahnung, welcher Platz wurden sie nochmal, Globals? Vierter. Vierter. Dann Zweiter, nee, Erster in FNCS und dann trotzdem so. Und Fünfter jetzt hier in dem Platz, in dem Cup, ist das krass. Kein Schwarz weiß, ich seh alles nur in Farben, nie mehr Hard Times. Ja, ich lern aus meinem Versagen. Sag die Wahrheit, musste alles hier ertragen, nie mehr Hard Times, Hard Times. Ja, ich lern aus meinem Versagen.